Hören Sie, bevor der Kontakt abgerissen ist, haben wir ein Signal von der Ausgrabungsstätte abgefangen. Das spielt jetzt keine Rolle. General, irgendetwas sendet Signale in diese Struktur. Wir müssen herausfinden, was das... Schluss jetzt! Sie sind also der Killer, der meine Männer getötet hat. Ich bin Sie zu sehen. Na los, hoch mit ihm! Oh, danke schön. Au. Der Donal Suite wurde deaktiviert. Ihre Mission ist vorbei. General, die elektromagnetische Aktivität im Inneren des Tempels wird stärker. Spielen Sie mir nichts vor, Doktor. Wir wissen beide, dass die Struktur mehr ist als ein Tempel. Würde sich die CIA für einen Tempel interessieren? Würde sich das amerikanische Militär für einen Tempel interessieren? Würde er sich für einen Tempel interessieren? Ja. Was reden Sie da? Wir haben hier vielleicht die größte Energiequelle entdeckt. die die welt je gesehen hat die möglichkeiten sind endlos und ihre regierung will genauso verzweifelt in dieses ding wie wir aber das werde ich nicht zulassen verdammt wir verlieren energie spannung stabilisieren mit der kopf sie wissen ja nicht was sie tun wir machen wie geplant weiter sie hat recht sie müssen aufhören sie werden uns alle umbringen ok gleich werden sie treten einer verschiebung der rechte los brechen speisern zu zünden nein scheiße 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 was hat er gut vor das wird die größte stunde noch frei ist maximale stärke maximale panzerung haltet ihn auf was macht er denn da oben idiot maximale stärke ja toll ich kann ihn nicht packen aber er kann mich umhauen supergeil so ein blödsinn schon wieder haltet ihn auf ich hab dich im Visiten und das nehmlich und das nehmlich und das nehmlich naja ich krieg dich alles meins alles meins meins keine pistolen maximale panzerung ähm machen wir so maximale stärke jawoll wo ist er denn das ist jetzt unsichtbar gemacht das ist natürlich total unauffällig mit diesem laser wie sie wo ist er hin maximale panzerung mal kurz ein quicksafe einlegen hier wo ist der typ wo ist der typ auf jeden Fall auf jeden Fall sehr gut ja ja jetzt muss ich hier wieder raus maximale panzerung hallo hallo achso krieg ich selbst natürlich ok wir fahren Fahrstuhl wer hält mir doch schon da kommen sie ich kenne einen ausgang ja dann mach gleich stürzt hier alles ein ja wie wärs wenn wir denn mal losfahren wir müssen hier raus ich glaube es gibt einen weg nach oben kommen sie ja dann drückt doch endlich wer sind sie die all special forces mein vater er war an der Ausgrabungsstätte er hat es nicht geschafft tut mir leid das hatte ich befürchtet das ist bestimmt eine super Idee hier mit dem Fahrstuhl hochzufahren würde aber anders geht's wahrscheinlich gar nicht aber anders geht's wahrscheinlich gar nicht hier sitzt eine Rolle geht es noch einen Ausgang nein ich glaube nicht Nomad hören sie mich hier ist falscher Form freundlichen Grüßen von Major Stringland melden sie sich Soldat hier oben wird's langsam ungemütlich ich bin hier mit Helena Rosendahl er bitte Evakuierung können sie in der Höhle laufen ja danger ich darf nicht nicht wir können nicht weiter runter Nomad die Höhle stürzt ein kommen sie bis an die Kante sie werden springen müssen springen Sie lady ich frem Sie auf Komm weg! Fest drücken! Gute Band! Toll! Göttler! Ich warte so lange hier. Göttler! Na toll! Göttler! 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 So! Wir haben den Sturz überlebt. Glücklicherweise. Ich höre Sie, Vulture, vor. Bin auch hier. Ihr Eingang zur Höhle ist eingestürzt, aber ich empfange immer noch Ihre Anzugdaten und Ihr Videosignal. Sehen Sie noch einen anderen Ausgang? Negativ, Vulture. Glaub ich nicht mal drauf, die Shotgun. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir schicken ein paar Leute, die Sie da raus holen. Das könnte Stunden dauern. Ich versuche, mich durch die Höhle durchzuschlagen. Sie meint, Nomad. Aber wenn ich Sie wäre, würde ich möglichst viel Munition mitnehmen. Wir haben keine Ahnung, was Sie da drin erwartet. Ja, Shotgun kann ruhig Laser haben. Ich höre Sie. Na gut. Dann wühlen wir uns jetzt hier mal durch den Kakao. Nö, wir tauschen einfach mal gegen die Maschinenpistole. Irgendwie wird mir ja ständig auch die Waffe weggenommen. Nö, das lassen wir. Oh, ich habe nicht mehr meine Granaten. Na toll. Das war eine Granatwerfer. Munition. Schweine. Na, dann machen wir mal welche Grubian. Okay, Grubian funktioniert nicht. Au. Maximale Panzerung. Was für eine eigenartige Struktur. Wir verlieren Ihr Videosignal. Hören Sie mich. Rolcher, die Verbindung greift ab. Hören Sie mich. Over. Rolcher, hören Sie mich. Ich versuche mein Videosignal zu verstärken. Ich hoffe, Ihr Jungs empfanglos. Ja, er braucht einen neuen Stream. Ich beschreibe jetzt, was ich sehe. Ich bin in einem Tunnel, einer Höhle. Sieht aus wie kristalliner Fels, aber strukturierter. So was habe ich noch nie gesehen. Es ist dunkel. Kalt. Unglaublich kalt. Mauern sind unerthörlich. Genau wie die äußere Hölle. Sieht fast organisch aus. Ich hoffe, dass Ihr Jungs das seht. Okay. Automatische Türen. Spiel gespeichert automatisch. Oh shit, meine Maus blinkt. Bis gleich. So, da geht es weiter. Maus ist wieder nachgeladen. Können wir jetzt hier durchtiegern. Achso, ich dachte, das wäre so eine Glaswand. Hat ein bisschen getäuscht. Oh oh. Hallo? Da bewegt sich was. Scheiße, das Ding, das Profit erwischt hat. Bestimmt genau das Ding wird sein. Oh ja. Hallo. Ich gehe mal weiter. Ich ignoriere das mal ganz entspannt. Und nehme an, dass ich dort durchkommen werde. Nein. Oh oh. Okay. Dann sind wir jetzt also schwerelos. Okay, da komme ich gerade nicht rein. Uha. Komme ich da rein? Hallo. Boah, ist alles schön wie Gummi jetzt hier. Ich will es gar nicht wissen. Aber wahrscheinlich muss ich da hinterher. Wenn ich mir hier so diese Shot anschaue. Wo ich nicht weiter komme. Hallo. Fliegen wir da durch. Krass. Der Abgrund. Das ist, als würde mich irgendeine Strömung zurücktreiben. Ich muss gegen den Strom ankämpfen. Ich muss gegen den Strom ankämpfen. Äh. Ja. Ich gehe mal aufs Licht zu. Komm ins Licht. Nomad. Komm ins Licht. Wir warten hier alle auf dich. Achso, ich kann mich sogar drehen. Sehr gut. Cool. Vielleicht wird auch der eine oder andere sehkrank von euch. Ich bin hier nicht allein. Ich finde es witzig. Miu. 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 Hallo. Aufmachen. Natürlich verliere ich jetzt hier total den Überblick. Ich glaube ich bin von hier gekommen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Äh. Ne. Es sieht neu aus. Miu. Oder? Kam ich doch von hier? Ich weiß es nicht mehr. Es sieht alles gleich aus. Aber abgefahren. Geil. Haben sich schon sehr viel Mühe gemacht. Mit viel Detailverliebtheit. Wo ist es? Wo ist es hin? Ja, ich bleib mal auf Panzerung. Das ist glaube ich eine gute Idee. Da komme ich nicht rein. Oder werde ich angefrostet. Safe. Ich mag das nämlich immer nicht so gern. Wenn man viele Sachen einfach nur wiederholen muss. Vor allem lange Sachen. Scheiße. Uah. Abschalten ist gut. Cool. Das ist aus wie so eine Nervenbahn oder sowas. Abgefahren. Das ist auf jeden Fall fest. Da komme ich nicht durch. Aber die Frage ist, muss ich das kaputt machen? Na gut, ich fliege mal hier weiter. Niii. Und um die Ecke. Und um die Ecke. Beziehungsfam. Genau. Und um zuerst.